Ich gehe in jedes Bundesliga-Stadion und teste dort das Essen und das Bier. Danach kommen alle auf eine Tabelle und werden bewertet. Mal schauen, wer am Ende erster ist. Hi, ich nehme eine Wurst. Die Wurst macht echt einen guten Anblick. Die Wurst hat jetzt keine Kräuter oder so drinne. Die ist außen schon so ein bisschen lang auf dem Grill gelegen irgendwie. Weg von zehn. Ich komme mir meinen Käse-Schinken holen. So, ich habe euch auf einem Mülleimer abgestellt. Das gibt es hier. Bisschen schade. Wirklich wie vor dem Vortag. Und ich habe sie bekommen, Freunde. Ich bin so gespannt. Ui, das ist geil. Diese Soße ist einfach scharf. Das ist ja der Knaller. Ihr hattet absolut recht. Neun von zehn, weil sie geil scharf ist. Bochum hat mir echt Spaß gemacht. War auch ein tolles Stadion. Essensmäßig war es leider bis auf die Kirwus nicht der Knaller. Deswegen wir hier nur auf dem 13. Platz heute landen.